Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir Minecraft, let's play Minecraft Ich hoffe, die Runde wird wieder mal geil Dann gehen wir mal sofort wieder in unser Haus Wir gehen erstmal runter und graben unten mal ein bisschen Wir müssen unten auch mal ein bisschen graben wieder Wir entschuldigen, dass wieder mal so lange kein Video bekommen Weil ich bin jetzt über Nacht bei meinem Freund Ich sag jetzt nicht den Namen, ich sag jetzt einfach mal den Namen Egal, er guckt sowieso nicht mehr den Kanal Er hat mich noch abonniert, aber er guckt wie mein Video für eine Zeit hat Den Alexander, ich hab bei ihm übernachtet, hat die Sprache gemacht Wollte da auch ein Video machen, aber leider ging das nicht Leider Aber ich hoffe Ihr macht also, das macht euch Ich hoffe, es macht auch Spaß meine Videos anzugucken Ich hab ja jetzt schon, ähm 46 Abonnenten, voll krass Ich brauch dann 50 Dann mach ich, ähm Glaube Ja, dann mach ich wieder ein Dann mach ich eine Spächerüte Dann zeige ich so ein paar Bilder So richtig coole Bilder Ja Ja Aber wird wahrscheinlich gut So dann Wir brauchen Fleisch Und nicht das Fleisch Sonst stören sie noch Ach, komm schon Dann Wir haben grad Besuch Also das steht, äh Lass uns stimmen Wir haben grad Besuch Wir haben grad Besuch von meiner Oma Mein Opa Ja, meine Oma, mein Opa, mein Onkel, meine Tante Ja, heute ist von meinem Onkel Der Geburtstag Und die Feiernmodelle Aber da Hab ich mein Onkel halt gesagt Und meinen Eltern natürlich auch Ich mach ein Video, weil ich nicht mehr lange ein Video gemacht habe Und komme dann schnell nach vorne Und wenn es nicht stimmt Und ja, ähm, dann hab ich was gesagt Und so, ich brauche mich eigentlich auch da drauf Aber egal Scheiß mal drauf, ne? Ja Ah, guat wer hier ist Das Ruffy Ihr wollt euch, äh, Ruffy ist Das war mein Freund der Hund Ruffy, komm, wir gehen Komm, wir gehen Scheiße, ich hab den Knochen vergang Na, hey, ich hab den Knochen vergang Ach, egal Er glaubt nicht hier einfach Oh, bestimmt hab ich wieder meine Ausbildung, ne? Bitte nicht Oh mein Gott, bitte nicht Aber ich ahne, es ist richtig, dass ich mein Haus wieder verloren habe Ah Wer lieber mein Haus kann eigentlich so Nein, guck mal Hier ist er vielleicht Hier vorne muss er doch gleich sein Da sag ich nicht mehr wieder Na, hier ist er doch Hab ich gesagt So Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Ja, das ist hier mein Schweinfeld. Was ich noch sagen wollte, Leute, what the fuck, ich werde jetzt alleine mir einen Ender-Pokal, Ender-Pokal, Ender-Pokal geben. Weil ich will auch mal Action-Videos bringen und ja, also wie gesagt, ich mache halt bis ich das Ende gemacht habe. Aber was ich noch sagen wollte, morgen kommt ein neues Video, ein neuer Let's Play nochmal an, der das South Park Let's Play, South Park Let's Play. Ich habe South Park ja schon durch, aber ich habe da ja noch ein paar Missionen zu erledigen. Die mache ich dann halt im Video und ja, wenn ich die fertig habe, dann mache ich halt auch ein neuer Junge. Da kommen halt auch so ekelte Sachen vor, aber ist ja alles zent, der zent wird, deswegen ist ja alles gut. Und unser Haus ist wieder oben, das weiß ich. Wir nehmen schon sechs Minuten oder so, warte, ich guck mal kurz auf die Uhr, weil wir haben um... Ich denke mal um... Okay, ja, wir nehmen sechs Minuten irgendwas auf. Oh mein Haus ist da drin. What the fuck, wie soll ich denn nicht in die Mitte laufen? So, ähm... Mein Freund hat gesagt, ich habe 50 Abonnenten. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht. Also ich hab letztens auf meinen Kanal geguckt, da hatte ich 46. Aber egal. song coronavirus wird, dem so, wie ganz einfach nicht.